Montag bei RTL 2 Ich mache selbstgemachte Pommes. Es wird kulinarisch. Eigentlich kann sie alles inklusive der Rückenmassage. Jewe Idee, wir machen eine Challenge. Hier legen die Meister noch selbst Hand an. Okay, also es geht los, ne? Heute geht's Fleischporno, wir fangen mit den drei besten Phillies dieses Planeten an. Wir sind nicht nur immer Primetime, sondern heute sind wir auch Prime beim Essen. Eine neue Folge, die Geissens. Eine schrecklich glamouröse Familie. Montag, 20.15 Uhr bei RTL 2 Montag, 20.15 Uhr bei RTL 2